Topaz Photo AI ist ganz neu in der Version 2 erschienen. Zwei der wichtigsten Neuerungen zeige ich Ihnen in diesem Video. Wir haben bereits ein Video zur ersten Version gemacht, das verlinke ich Ihnen hier oben. Schauen Sie da gerne nochmal rein. Hier geht es jetzt um die neue Version 2. Was die kostet und ob sie vielleicht sogar kostenlos für Sie ist, das erkläre ich Ihnen am Ende dieses Videos. Legen wir direkt los mit Beispielen. Ich importiere ein Video. Das ziehe ich mir einfach mit Track & Drop hier in die Software hinein. Das Erste, was auffällt, ist, dass der Autopilot hier eine neue Optik bekommen hat. Es ist viel übersichtlicher in einem Panel dargestellt, was gerade passiert. Super finde ich, dass der Autopilot jetzt mehr Einstellungsmöglichkeiten bekommen hat. Dazu wählen Sie einfach diesen Menüpunkt aus. Und unter Autopilot können Sie jetzt deutlich feiner einstellen, wie die KI in den einzelnen Fällen reagieren soll. Bei diesem Bild hat die KI entschieden, dass ein Upskilling durchgeführt werden soll und dass das Gesicht rekonstruiert werden soll. Das sind aber zwei Funktionen, die ich bereits in einem anderen Video vorgestellt habe. Ich möchte auch nicht, dass sie hier auf dieses Bild angewandt werden. Deshalb deaktiviere ich diese. Und wenn Sie Topaz Photo AI bereits kennen, dann wird diese Übersicht hier nicht neu für Sie sein. Aber in der neuen Version 2 gibt es hier unten zwei neue Werkzeuge. Und um die geht es jetzt. Bei diesem Foto fällt schon mal auf, dass die Farbbalance nicht korrekt ist. Das Bild ist viel zu gelbstichig. Und das möchte ich jetzt über das neue KI-Werkzeug verbessern. Dazu wähle ich hier Balance Color und aktiviere die Funktion. Und jetzt bekomme ich hier sofort ein Ergebnis und das sieht schon viel harmonischer aus. Schauen wir uns das mal in der Side-by-Side-Ansicht an. Hier links sehen Sie das Original, hier rechts das bearbeitete Ergebnis der KI. Wenn ich hier auf dieses Werkzeug klicke, dann bekomme ich hier zwei Schieberegler, wo ich die Funktion weiter justieren kann. Mit Opacity kann ich die Deckkraft bestimmen. 100% wäre komplett das neue Ergebnis. 0% wäre wieder das Original. Irgendwas in der Mitte ist eine Transparent um die 50%. So kann ich hier also das Original und das Ergebnis miteinander mischen. Mit Temperature kann ich die Farbtemperatur verändern. Das Schöne ist, ich bekomme direkt hier ein Ergebnis angezeigt. Und so kann ich mich einfach an das Ergebnis herantasten, wie ich mir das vorstelle. Schauen wir uns dazu gleich noch ein weiteres Beispiel an. Ich habe hier eine Aufnahme von einem Hund. Auch hier fällt auf, dass die Farben nicht ganz in Ordnung sind. Das Bild ist viel zu grünstichig. Auch das möchte ich korrigieren lassen. Dazu aktiviere ich wieder Balance Color. Und auch hier bekomme ich sofort ein Ergebnis angezeigt. Schauen wir uns das Ganze nochmal in der Side-by-Side-Ansicht an. Hier rechts ist das Ergebnis, links das Original. Das ist schon beeindruckend. Warum funktioniert das so gut? Im Gegensatz zu anderen Programmen wird jetzt nicht einfach nur die Farbtemperatur versucht zu korrigieren, sondern die künstliche Intelligenz analysiert den Inhalt des Fotos und wird Schlüssel daraus ziehen an bereits bearbeiteten Fotos, wo ebenfalls Tiere enthalten sind. Und so bekomme ich ein wirklich sehr natürliches Ergebnis. Die zweite, neue große Funktion verbirgt sich hier unter Adjust Lightning. Und da geht es um eine Belichtungskorrektur. Auch dazu habe ich ein Beispiel. Das ist eine Aufnahme von einem Model, allerdings ist sie viel zu dunkel geraten. Ich schaue mir mal an, was der Autopilot gemacht hat. Er hat zum Beispiel erkannt, dass es ein sehr dunkles Bild ist und dass es auch nachgeschärft werden sollte. Das sehe ich hier auch an dem grünen Punkt. Das Upscale habe ich bereits zurückgestellt. Die Schärfe mache ich mal aus. Achten Sie mal auf den Bereich des Gesichtes, was passiert. Das ist jetzt deutlich unschärfer. Ich kann noch mal ein bisschen näher gehen. So ist das Original. So ist es nachgeschärft. Das finde ich gut. Das möchte ich also jetzt erstmal lassen. Aber die Belichtung stimmt nicht. Ich bringe das Bild nochmal in die Gesamtansicht. Und jetzt möchte ich hier die Beleuchtung verändern. Dazu aktiviere ich hier mit dem Schieberegler Adjust Lightning. Achten Sie mal auf das Bild. Und auch hier bekomme ich innerhalb von wenigen Sekunden ein Ergebnis angezeigt. Ich aktiviere mal die Side-by-Side-Ansicht. Auch das ist beeindruckend. Insgesamt ist das Bild mir hier auch zu gelbstichig. Kein Problem. Da nehme ich jetzt einfach nochmal Balance Color dazu, um die Farbtemperatur zu korrigieren. Und jetzt bekomme ich ein Ergebnis, wo ich wirklich sehr zufrieden bin. Ich habe nichts justiert. Ich habe einfach nur hier dem Autopiloten vertraut, um die Schärfe zu verbessern. Und dann habe ich Adjust Lightning und Balance Color aktiviert. Auch hier kann ich noch weitere Justierung vornehmen. Ich kann das Bild also hier insgesamt entweder wieder dunkler machen oder auch heller machen. Das ist also wirklich sehr einfach zu bedienen. Und das ist ja auch eine der großen Stärken von Photo AI. Und jetzt in der neuen Version ist das Ganze noch intelligenter geworden. Ich habe Ihnen in diesem Video die beiden auffälligsten Neuerungen vorgestellt. Natürlich ist hinten dran noch eine ganze Menge mehr passiert. Es gibt zum Beispiel neue KI-Modelle, wenn es um das Bearbeiten von Raw-Materialien geht. Wenn es um das Schärfen geht und einiges mehr. Auch die Oberfläche ist insgesamt aufgeräumter geworden. Topaz Photo AI 2.0 ist auch für uns ganz neu. Die Software kam erst heute Nacht auf den Markt. Wir schauen uns das Ganze noch näher an und werden noch weitere Videos machen. Und natürlich werden wir auch unseren Lernkurs zu Topaz Photo in den nächsten Wochen noch ergänzen. Wenn Sie den Lernkurs bereits gekauft haben, dann ist dieses Update natürlich kostenlos für Sie. Unser Newsletter informiert Sie, wenn die neue Version veröffentlicht worden ist. Da können Sie sich jetzt schon mal drauf freuen. Jetzt fragen Sie sich bestimmt, was kostet denn Topaz Photo AI in der Version 2? Auch da ist die Antwort ganz schnell. Wenn Sie bereits Topaz Photo AI in der Version 1 haben und Sie einen aktiven Upgrade-Plan haben. Das heißt, wenn Sie die Software innerhalb des letzten Jahres gekauft haben, dann bekommen Sie Topaz Photo AI in der Version 2 kostenlos. Wenn Sie die Software vor, ich sag mal, 13 Monaten gekauft haben, dann müssen Sie ein Upgrade kaufen, um jetzt hier die neue Version zu bekommen. Aber auch das ist relativ günstig. Aktuell im September läuft noch eine Einführungsaktion. So zahlen Sie 159 Dollar für die Vollversion und 79 Dollar für das Upgrade. Wir haben Ihnen auf unserer Webseite nochmal alles zusammengefasst. Dort finden Sie weitere Ballenspiele und Informationen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann geben Sie ihm bitte einen Daumen hoch. Nicht für mich, sondern dafür, dass auch andere Anwender dieses Video hier entdecken, denn der Algorithmus spielt es dann häufiger aus. Und wenn Sie Fragen haben, dann sprechen Sie mich oder mein Team an. Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis. Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis.